was geht meine freunde wir gehen auf jeremy was ich es um schredet zu werden fünf wochen out mal gucken wird oft und viel gehaltet aber vielleicht macht das ja auch richtig gut wir werden sehen absolut schredet zu werden für meinen ersten bodybuilding wettkampf in nur fünf wochen und ja wir sind ziemlich nah am show da sind die kalorien ziemlich tief was geht meine damen und herren mein name ist jeremy wiederkehr und ich heiße euch somit willkommen zu einem neuen video aus meiner wettkampf vorbereitung heute ist der 31 8 31 august das heißt wir haben noch genau fünf wochen und einen tag bis zum ersten wettkampf wie schon gesagt zeige ich euch heute alles was ich esse um so schredet wie nur menschen möglich zu werden ich zeige euch aber auch welche sachen ich trinke um welches sauer mensch ich nehme die mir dabei helfen und er wird sich genug statt da freue ich mich drauf da kann ich wohl viel zu sagen hoffentlich werden voll der ufeating hier heute nicht mit essen sondern mit cardio wenigstens haben wir den geilen für kotz der welche ist mir irgendwie ermöglicht dieses karte zu überleben warte mal leute ich bin euch hier ja noch ein festet vom trick schuldig muss ich sogar ganz gut beim würde ich mehr durch strecken an der stelle mich ein bisschen weiter nach vorne lehnen vielleicht aber streifen sind schon da ich finde dafür dass er so jung ist es ist echt eine geile form geht natürlich immer besser logisch aber ich bin ein freund davon realistisch zu sein und ich finde es gut beine sind sehr sehr geil hätte ich nicht erwartet ja würde sagen das sind so zehn prozent körperfett das ist so der punkt wo ich sagen würde das ist okay eine diät zu beenden eine normale casual diät so sehen wir fünf wochen out von unserer ersten competition aus lasst mich gerne eure ehrliche bitte wirklich eure ehrliche meinung in den kommentaren wissen auf jeden fall bin ich mit der form mit dem progress sehr zufrieden denn es läuft alles wirklich nach plan das gewicht geht runter die kraft im training bleibt ziemlich gleich und vor allem das wichtigste also eigentlich solltest du jetzt schon einen dampf in der performance merken bin ich der meinung so wenn man sich paar weeks out befindet ist die performance eigentlich immer müll ist auch normal weil man hat hat kaum kalorien noch aber wenn man davon ausgeht dass er einfach jetzt ein bisschen zu spät dran ist und kleines bisschen sage ich mal dann ist es vielleicht auch noch mal dass er die kraft gut hält genau wir werden liener der körperfett wird weniger reform wird härter auch hier vielleicht sind das außer elf zwölf prozent aber ist trotzdem geil und man muss es immer im gesamten kontext sehen die wenigsten schaffen dass sich auf eine bühne zu stellen die wenigsten der welt schaffen dass eine diät durchzustehen die wenigsten der welt schaffen dass wenn sie so jung sind das heißt es ist trotzdem noch eine überdurchschnittliche leistung und ich finde das darf man nicht vergessen wenn man darüber so redet ne awesome ist bodybuilding auch eher so ein 20 jahre sport 30 jahre sport und wenn man betrachtet wie zum beispiel in us bei seinem ersten wettkampf aussieht ist das schon eine deutlich bessere form ich weiß nicht der urs der stand mit 13 prozent körperfett oder so auf der bühne hat er überhaupt keine streifen ich finde wenn er beim nächsten mal dann einfach besser ist das heißt in ein zwei jahren noch mal wettkampf macht und dann wieder besser wird und dann wieder besser wird dann wird das eine richtig gute bodybuilding karriere und so muss man das betrachten ja ich weiß viele wollen immer bei ihrem ersten wettkampf gewinnen und shredded to the bone sein wie patrick teutsch aber das ist absolut nicht realistisch es ist zwar wichtig 100 prozent zu geben aber solange du 100 prozent gibst hast du alles getan ja ich den tag ist auch noch so halb aushaltbar also ich will mich wirklich gar nicht beschweren obwohl über eins sehe ich mich aber wenn du sagst fünf wochen out alles ist aushaltbar kann man davon ausgehen dass was nicht so richtig läuft weil eigentlich wenn du richtig hart am pushen bist und so die letzten prozent körperfett runter holt was so fünf wiegs auch so sein sollte dann bist du mental nicht mehr so gut drauf ja deine performance schwappt auch langsam ins negative das ist eigentlich normal und das kennt auch jeder so aber nichtsdestotrotz ich gucke jetzt einfach mal weiter beschweren cardio zurück zum free cardio stack beziehungsweise jetzt dann gleich zum cardio naja der free cardio stack besteht aus zwei sachen einmal dem kreis vor pro einmal dem daily das daily ist einfach ein geiles produkt was ich jedem ans herz legen würde weil es einfach dank dem bioaktiven kollagenen dem l-glutamin den leucin dem kreatin ein extrem gutes daily offensichtlich tägliches produkt ist in den allrounder wo einfach der gelenk der knochen der sehngesundheit hilfe gut für den muskelaufbau ist und noch ich jetzt einfach objektiv darum also sowas braucht man nicht vom cardio nehmen die knochen hilft auch nicht bisschen was in richtung schmerzreduzierung und den gelenken hilft es wahrscheinlich auch nicht wenn man alle essentiellen nährstoffe konsumiert und seine ja sein kraftport macht dann hat man kollagen synthese die maximal angeregt ist wie gesagt leucin braucht man auch nicht proteinsynthese muskelproteinsynthese wird dadurch auch nicht angeregt weil die aminosurotophan fehlt bisschen kreatin das macht schon sinn aber ist vielleicht ein bisschen zu wenig drin glutamin bringt eigentlich auch nichts wenn du genug glutamin konsumierst vielleicht bei darmerkrankungen also ich würde jeremy ans herz legen mich mal wirklich mit den inhaltstoffen zu befassen den diet support hingegen kann man auf jeden fall vom cardio ballern das macht auf jeden fall sinn die inhaltstoffe jetzt nicht aber ich schätze mal das wird irgendwie so ein normaler koffein fett burner sein und wie gesagt das kann man schon machen natürlich wenn du mehr isst als du verbrauchst neutralisierst du den effekt aber wir kennen alle die wirkung von koffein und von stimulantien kann einem schon helfen ein bisschen mehr energie zu haben ein bisschen besser das defizit einzuhalten konsumier auch in der diät sehr sehr viel koffein und so von daher geht das schon fit aber das andere das braucht man nicht und vor allem nicht von der diät ich will das jetzt nicht schlecht reden ich wollte einfach nur mal so oder was dazu sagen ja auch dazu protein biosynthese anregt also ich würde jemand herz legen nimmt aber protein biosynthese anregend hat es gesagt das ist nicht so um die protein muskelprotein synthese zu anzuregen brauchst du alle aminosäuren und das geht halt eben nicht wenn du kollagen mit dem leuzin konsumiert bei einem kollagen die aminosäure tryptophan fehlt ja es wird dadurch nicht angeregt eine portion zwei scoops hier brauchst du natürlich alle aminosäuren für das heißt so ein so ein waver vielleicht sinnvoller an der stelle um ja seine muskel zu halten und danach kann man auch cardio machen ja da verbrennt man dann trotzdem fett jeden morgen wird euch helfen wird euch ganz hier helfen und der die super pro eines wenn ich sogar mein lieblings produkt aktuell weil das zeug ist sowas von geisteskrank seitdem ich das nehme fällt mir mein cardio einfach wirklich maßgeblich leichter ich habe mehr energie mehr kraft bis am ende aber er ist natürlich auch noch jung man sollte sich schon ein bisschen beschäftigen damit nicht so die glaubwürdigkeit flöten geht wenn nur die werbeversprechen nach zu klicken nach zu plappern ist immer so ein bisschen bisschen fehl man sollte auch das ganze mal nachprüfen ende von der cardio wir machen eine stunde ist ziemlich hart am morgen fest und ich merke auch dass mein gewicht wirklich stärker droppt ich habe früher gedacht dass so fettbörner und so dass die fähig sind das ist gar nicht funktioniert und das marketing aber das zeug funktioniert wirklich und es liegt an dem 5 htp egcg zylleferin koffein und noch einige anderen sachen die da drin sind die wir einfach wirklich den stoffwechsel anregen und uns noch extra energie geben was dann halt wie gesagt beim cardio dazu schluss folgt dass ich am ende des cardis zwar schon tot bin aber noch atmen kann so halb das teil das kreiert kein größeres defizit es hilft einem nur das defizit was man durch ernährung oder aktivität erschaffen hat leichter einzuhalten ich denke das ist eine sehr sinnvolle beschreibung wie fettbörner funktionieren ja trotz dieser zwei richtig geilen sauer mensch sollte eure priorität eins immer sein eure proteine reinzukriegen wenn ihr eure proteine nicht rein kriegt dann baut ihr keine muskeln auf also nehmt euch auf jeden fall iso clear design away oder eine flexpresso mit warum ist schwitzen der bruder so krass ist das wegen dem wegen dem diet support das sieht krass aus also ich muss sagen ich bin ich bin ich will gerade 104 kilo und schwitz auch wie eine sau aber ich schwitz weniger ja und das finde ich heftig ich glaube ihr seht ich habe hier bisschen geschwitzt ich bin jetzt komplett tot also wirklich dieses cardio nimmt mich richtig auseinander dafür haben wir aber auch 460 kalorien jetzt verbrannt in dieser stunde es ist hart es ist wirklich nicht spaßig also ich bin nicht ganz ehrlich ich hasse das cardio aber es muss gemacht werden wir stecken absolut alles rein was geht um absolut auf dieser bühne auszusehen und wenn das heißt eine stunde mich jeden morgen zu quellen dann heißt es das halt das finde ich gut das ist sehr sinnvoll und sehr effektiv sich zu bewegen oder aktivität zu erhöhen kreiert natürlich ein defizit gehört dazu was mit schritten mark hat mit cardio machen kannst du mit allem möglichen machen jetzt geht es aber zum 1 und ihr glaubt nicht wie ich mich darauf jetzt freuen im kate die ganze stunde von minute zwei bis minute 59 freue ich mich darauf mir nummer eins ist ready die haben wir 100 gramm hühnchen mit 4 reiswaffeln auf einer reiswaffel haben wir ein bisschen es n cashew nut butter und wir haben hier ja richtig sehen eine eiscreme das ist aus dem ninja cream auf alle die den ninja creamy noch nicht kennen das ist ein absoluter game changer ich habe den zwei erst seit paar tagen aber ich bin so verliebt denn das hier ist eigentlich nutze ich nicht weil ich einfach zu faul bin ich es einfach aber es soll wirklich krass sein machen ja viele aktuellen vielleicht mache ich es auch irgendwann mal ich glaube aber mich ein protein shake in eiscreme form und schmeckt einfach richtig geil hier drin haben wir 35 gramm wiegen designer protein und ja wiegen weil das vegane hat eine andere konsistenz und es schmeckt im eis bisschen geiler es ist halt ein bisschen so fester wie das normale whey protein was im shake zwar scheiße ist also wenn ihr ein shake trinken wollt dann nehmt euch niemals das wiegen designer protein nimmt euch lieber einen whey aber in etwas wie eine eiscreme oder wenn ihr backt oder so ist das wiegen einfach ein geiler cheat code das habe ich lange geht gekippt weil ich ich bin ganz ehrlich ich wollte nicht sagen dass ich wiegen protein konsumiere aber die wertigkeit davon ist extrem hoch also mindestens bei dem von esen und es schmeckt aber gewissen mahlzeiten geiler darauf haben wir noch mal sieben gramm es in cashew nut butter insgesamt haben wir 14 gramm nut butter 35 gramm wiegen protein 250 milliliter mandelmilch dann noch einen gramm von diesen topping das ist kellogg's tresor 100 gramm hühnchen 4 reiswaffeln und dann noch ein absoluter cheat code light soßen einfach irgendwelche soßen ohne kalorien der mann ist bewaffnet bis an die zähne aber man muss auch sagen in der diät ist der food focus immer sehr stark vor allem wenn man so das erste mal eine richtige diät macht da ist man so krass fokussiert auf essen dass man wirklich sich so ein eis gerne zaubert dann diese waffeln und so ein kram da steckt halt schon sehr viel mühe und liebe drin und so und dieser antrieb dafür das zu machen ist auch ein ganz anderer als wenn man schon tausend mal diät gemacht hat und wenn man schon zig mal bull gemacht hat und den ganzen kram da irgendwann hat man auch einfach keinen bock mehr drauf weil man merkt es ist sowieso immer das gleiche ja und ich beschäftige mich zum beispiel immer mit anderen sachen anstatt da so einen riesen fokus draufzulegen aber kann ich voll verstehen ja leitsoßen benutze ich auch in der diät kann man machen ja ultra soßen in der diät immer verschiedene soßen zu wechseln damit kann man wirklich alles verändern und all für extrem wenig kalorien natürlich könnt ihr auch bei lidl oder so hat es glaube ich auch verschiedene light soßen guckt einmal drauf dass ihr sehr sehr tief von den kalorien seid weil wenn ihr die falschen soßen nimmt verdreifacht ihr die kalorien einfach bei so einer mahlzeit aber jetzt wird sich gegönnt falls ihr euch fragt wieso die nut butter die hat ja sehr sehr viele kalorien wir brauchen die gesunden fette weil wenn wir mit den fetten zu tief gehen vor allem als naturalathlete zerstören unseren hormonhaushalt komplett und darum brauchen wir gute gesunde ja der ist sowieso zerstört in der diät naja fette und diese nuttbar ist so lecker der mann hat der mann hat gerade sex mit seinem essen nein aber das verstehe ich voll das ist echt am anfang immer so ich habe damals ich habe damals auch in der preff habe ich immer so diesen food focus antrieb genutzt um meine steps zu machen und bin immer mit dem rucksack so fast jeden tag die sachen einkaufen gegangen die ich für den tag zu essen musste zwar kleine sachen aber das war so easy dann die steps rein zu bekommen weil du so am verhungern bist und praktisch so dein essen holen musst du und du hast dich voll gefreut jetzt einkaufen zu gehen bin ich immer mit dem rucksack losmarschiert und da hatte ich immer easy 20.000 steps drin weil ich mir so alle meals immer so mit dem rucksack gekauft habe das ist auch voll der schlaue trick da wenn man dann so ein food focus hat ich habe es jetzt nicht so in die kreation vom essen gesteckt weil ich halt eher so einen festen plan hatte mit reisschicken gemüse und so ein kram weil ich habe diesen antrieb dafür benutzt einfach meine schritte zu machen und der antrieb ist wirklich geisteskrank ja das ist das ist im prinzip ist das auch die libido der lebenstrieb der überlebenstrieb dieser antrieb liegt dann auch in diesem fall wenn man überleben will nochmal extrem stark rein um sich das essen zu kreieren und auch einzukaufen und so ja dieser antrieb essen zu besorgen ist wirklich geisteskrank darf sich halt davon nicht zu sehr ablenken lassen weil es kann sich auch negativ äußern dass du halt auch leidest oder halt zu viel isst und cheat ist und so ein kram du musst es bewusst wahrnehmen und dann in die richtigen dinge kanalisieren also im besten fall in schritte und dann einfach dein essen kochen das aufessen und dich mit anderen sachen beschäftigen wenn man das nicht drauf hat dann kann man auch ganz schnell mal eine diät verkacken deswegen mache ich keine mal keine folie wie ich esse weil es halt einfach es ist so uninteressant wie leute essen muss ich sagen aber naja alles geben habe ich gerade fast vergessen die markus zu beraten wir haben nämlich 466 kalorien 52 gramm protein 29 gramm carbs und 14 gramm fette das sind alles wirklich extrem hochwertige kohlenhydrate hochwertige proteine hochwertige fette alles wirklich sehr sehr gute nährstoffe hier drin haben und es ist halt ultimativ lecker auch noch also vor allem die kein obst zu gemüse die fette sind so auch weil wir halt wegen mehr gesundheit die fette brauchen so würde ich sagen sehen wir uns bei mir zwei miet nummer zwei wird sich hier an der schön das hat mir gefehlt sonne gegönnt nämlich dieser fette geile salat mit unter 400 kalorien wir haben hier nämlich ein halben kopf salat 250 gramm gemüse heute tomaten und paprika 100 gramm beeren 80 gramm chicken und zwei voll eier sieht geil aus schmeckt auch wirklich geil vor allem aber mit einer extra prise salz und glaubt mir in der prep ist halt mein bester freund das aber nicht das einzige was wir uns können wir können aber ich hoffe dass es nicht sein pre workout meal aber ansonsten sehr geiles mail mal gucken was er sich noch so rein pfeffert und nämlich auch noch einen energy drink weil wir haben hier keine kohlenhydrate drin also beziehungsweise keine richtige kohlenhydrate quelle wie reis kartoffeln oder irgendetwas in der art sondern ein bisschen kohlenhydrate natürlich von den tomaten und früchten aber keine richtigen darum wird sich noch ein bisschen energie mit diesem crank energy gegönnt zudem aber der ist oder oder sagt energie er meint damit wahrscheinlich ein kick weil er durch die carbs die fehlen dann keine energie hat mir gibst du mir aber auch noch die helft subs erstens magnesium zweitens im unit sport und drittens apple stack diese zwei sehr gute kombi produkte die ich aber dafür nehmen dass ich nicht krank werde weil ich kann es mir simpel nicht leisten in der prep kann zu werden wenn wir krank werden nur einmal ein bisschen krank werden sind die wettkämpfe gelaufen weil ja okay also er meint esse zähle nährstoffe kann man auch zu herz absehen ist auf jeden fall für die gesundheit macht das schon sinn macht das schon sinnvoll so dass vielleicht zu einer fettigen mahlzeit zu nehmen wegen der aufnahme weiß ich genau jetzt was da drin ist aber ich schätze mal da sind auch vitamine drin fettlöstige vitamine werden natürlich durch das ei dann auch besser aufgenommen krankheit würde heißen dass wir zeit verlieren weil wir in der krankheit nicht in dem kaloriendefizit sein können weil wir sonst nicht mehr gesund werden wenn ich auch nur eine woche jetzt hier nicht im kaloriendefizit wäre wäre der wettkampf gelaufen ich würde es nicht schaffen bis zur bühne dieses magnesium nehme ich aus drei gründen erstens ich trinke viel daher brauche ich auch wirklich magnesium noch zusätzlich zweitens ich hatte krämpfe in meiner bade in der nacht bin deswegen aufgewacht das ist an dem magnesiummangel gelegen seit ich mag nicht kämpfe liegen einem kaliummangel meistens nicht einem magnesiummangel es liegt meistens am kalium und in der ratio zwischen kalium und salz hat wahrscheinlich zu wenig kalium und zu viel natrium also salz ja und magnesium ist sozusagen so ein regulator von dem ganzen bringt aber nichts magnesium zu sehen zu dem wenn du einen kaliummangel hast also damit noch mal beschäftigen ein bisschen es liegt wahrscheinlich an dem kaliummangel habe ich das nicht mehr und drittens für die allgemeine gesundheit wirklich wirklich sehr sinnvoll also rein da er hat er gestern nacht hat er einen wadenkrampf hat er gesagt und seitdem man magnesium nimmt hat er das nicht mehr das macht keinen sinn oder habe ich jetzt muss ich mir nochmal anhören daher brauche ich auch wirklich magnesium noch zusätzlich zweitens ich hatte krämpfe in meiner bade in der nacht bin deswegen auf öl rein tut öl was ja sorry mein fehler also hat kein scheiß gelabert eigentlich was gesundes ist aber ein extrem viele kalorien oder irgendwelche dressings oder irgendwelche fans die sachen mit vor allem zucker balsamico so viel zucker ich spare mir dadurch hunderte kalorien einfach weil ich nur essig nehmen der bruder du hast doch die die light so sind da gibt es aber bestimmt auch ein salat dressing oder nicht also hättest du ruhig gründen können 383 kalorien 38 gramm protein 20 gramm kohlenhydrate und 12 gramm fett kleiner tipp an meiner stelle anstatt ein eisbergsalat romana salat nehmen der hat mehr nährstoffe als eisbergsalat und ist fast das gleiche nummer drei aka pre-recoup meal eins meiner lieblings meals weil wir hier wirklich viele kohlenhydrate haben wir haben nämlich sieben reiswaffeln ja das hört sich nicht nach viel an für mich ist das viel und es ist die mit abstand kohlenrad reicheste mahlzeit am ganzen tag damit wir einfach im training maximale energie haben und das ist auch der grund wieso ich die so lieb weil wir dadurch energie bekommen aber was genau haben wir hier überhaupt 7 reiswaffeln 200 milliliter eiklar zwei volleier und das ganze ist noch getoppt in den ganzen light soßen einfach weil das ultra geil schmeckt was ich aber jetzt noch fast vergessen habe ist salz denn salz graded das sowas von ab also jeder von euch der ei ohne salz ist psychopat ja es sieht einfach danach aus dass er sehr sehr viel salz benutzt beziehungsweise mehr salz natrium als kalium man sollte schon achten dass man genug kalium hat einfach eine vernünftige muskelkontraktion erzeugen kann und in der zelle wasser speichert wenn da eine imbalance entsteht dann hat man halt ein problem ein bisschen ganz ehrlich und die man aber natürlich natrium ist wichtig salz ist wichtig das ist aber lebenswichtig die ratio muss stimmen zwischen natrium und kalium ja und natürlich auch das magnesium 415 kalorien 36 gramm protein diese lecker schmecker 44 gramm kohlenhydrate und 11 gramm fett rein in die foto luke man ist auf jeden fall was besonderes von der art her im hydrate einfach um noch ein bisschen elektrolyte reinzukriegen weil wir haben irgendwie 30 grad und ich schwitze total daher sind die elektrolyte wichtig und auch das ist lecker jetzt gleich ins training und um maximale leistung und maximalen pumpen train zu haben gibt es unseren pürkoste zuerst mit dem krank von pro und davon gibt es zwei scoops naja wir wollen maximalen pump auf jeden fall haben ich kann nicht mal in den shaker rein der perfekt das ganze kombinieren wir mit noch mal einem diet super pro und kreativ der diet super pro einfach damit wir noch mehr energie im training haben und ja dass wir unseren stoffwechsel auch noch mal ein bisschen wussten weil gewusst oder stoffwechsel ist auf jeden fall was gutes in der diät das kann ich euch sagen das ist keine empfehlung zwei stück am tag zu nehmen die empfehlung ist dass ihr eine am tag nimmt nicht zwei das ist nur was ich persönlich mache ja geht schon am ende von der diät da bin ich auch gerne mal bei 500 600 700 milligramm koffein fünf weeks out oder so da zieht man einfach dann durch bis zum ende und dann kann man sich eine pause können ohne haben wir noch eine portion kreativ in dieser brausform also das schmeckt so ist es gut und ja morgen vor dem feste cardio hatten wir im daily schon kreativ aber wir nehmen noch mal kreativ einfach mal herausholen alle wisst doppelt ja wenn es im daily ein bisschen unter dosiert ist nur kann man schon ehrlich sein aber schon richtig so dass du dein kreativ auch vernünftig abdeckt hält besser und kreativ kostet praktisch nichts wenn ihr normales kreativ kauf kommt ihr noch mal viel günstiger dieses tricks fast vergessen zu sagen beim krank und das war eine ehrliche aussage das fand ich cool pro ist der strawberry geschmack mit abstand der beste das zeug schmeckt geisteskrank um was auch geisteskrank schmeckt sind die 20 prozent ihr immer noch mit dem go jeremy auf alle brücke kriegt so in der hibus gibt es auf jeden fall noch einen crank energy auch hier nicht mal das ist echt krass das ist echt viel eine empfehlung klingt nicht mehr als ein energy am tag die werbung ich mache es trotzdem weil sie euch crank energy holt hole ich den magenta geschmack nur wenn ihr bubblegum mögt oder halt wirklich sehr süße sachen weil das ding ist richtig süß also wenn ihr nicht so auf süßes abfährt werdet ihr das ding hier meine empfehlung von mir ich habe mir so ein so das stream geholt und ich muss einfach sagen so wasser mit kohlen schon geiler irgendwie so jetzt habe ich auch einmal was konsumieren sehen passend zum video gewisse von euch werden es schon gespottet haben ohne den da jetzt haben wir hier aminus die gibt's nicht jetzt die gibt's während des trainings einmal damit wir möglichst wenig beziehungsweise im besten fall keine muskeln verlieren und bis ans ende vom training maximale energie haben gibt es hier immer im training bei mir um einmal die essentiellen aminosäuren während des trainings gedeckt zu haben empfehlung geht raus ist nicht pflicht wenn ihr merkt dass ihr am ende vom training ein bisschen lascher seid oder dann weniger kraft habt würde ich es auf jeden fall mal mit dem ding probieren aber jetzt geht's ins training und ich ja wer kennt es nicht aminosäuren boosten die kraft also kurze erklärung aminosäuren oder protein ist generell dafür da eure proteinsynthese über die 24 stunden bzw die zeit wo ihr wach seid zu maximieren ja und wenn man während des trainings überhaupt irgendwas nimmt dann sind sie eher kohlenhydrate oder elektrolyte weil hydration und muskelkontraktion und energie in form von schnellen carbs tendenziell hat wie gesagt die performance ein bisschen besser boosten kann aminosäuren tun das nicht ja auch wenn es vielleicht da irgendwie komische studien zu gibt aber das ist nicht der fall wenn das vernünftig designt worden ist ja ein bisschen aufklärung zu dem thema klar man kann ja sind dran nutzen man kann auch hydro clear oder iso clear und den ganzen kram mit dran nutzen wenn es irgendwie passt so zum beispiel wenn man ein bisschen länger als nichts gegessen hat oder so oder wenn man bock auf den geschmack hat oder wenn man einfach in den anderen meals vielleicht ein bisschen weniger protein konsumieren will das sind alles möglichkeiten so aber die aufgabe von kohlenhydraten ist erstmal eine andere und hat erstmal nichts damit zu tun was die aufgabe von aminosäuren beziehungsweise von protein ist das ist beides eigentlich unabhängig voneinander also protein hat keinen einfluss auf deine performance außer natürlich wenn du nicht genug konsumierst und dann bin ich vernünftig regeneriert ja aber ich meine so akute effekte die kurzfristig sind also ich finde dieses schulterdrücken im stehen haben kann man schon so machen würde ich jetzt nicht so machen beziehungsweise auch über das auswahl ich finde dieses schulterdrücken im stehen am karl fahre ich jetzt nicht so da gibt es auf jeden fall stabilere varianten aber er trainiert auf jeden fall hart er zieht durch und denke das ist ganz gut da seht ihr auch es ist schon möglich auch mit armen anzufangen und danach zu drücken das muss man jetzt hier beobachten ich weiß jetzt nicht genau zum beispiel ob hier beim drücken dann die arme der limitierende faktor sind oder halt seine brust in dem fall das könnte nur er beantworten indem man darauf achtet erstmal der gedanke ist da es ist theoretisch möglich sein trizeps am anfang zu trainieren und danach zu drücken also er hat ja wie gesagt hier das ist das ist eine trizeps drückmaschine ja so weit ich das richtig erkennen kann also dann drückst du runter das erkennt man auch ja weil die status hat hier drückst du runter so das ist wohl seine erste übung dann hat er jetzt hier noch eine über kopf variante macht er hier so eine schulterdrück variante beziehungsweise ja so ein vielleicht bisschen aber es ist schon eher ja schon in richtung schräges drücken so und das resistenzprofil ist auch passend weil du ja tendenziell hier ein bisschen mehr lasst das hier unten wahrscheinlich und das ist auch schlau das so zu machen weil du dann die brusten ja anspricht und nicht den trizeps ja und in der zeit würde sich dann das ganze erholen und er könnte dann hier an diese übung ist so ein bisschen mehr mit range das heißt du hast ungefähr was ungefähr hier dann die größte last also in der mitte kann halt wie gesagt sein deswegen habe ich das gerade angesprochen dass hier in dem fall die arme der limitierende faktor sind aber das weiß ich nicht das kann nur er wissen wollte ich aber mal ansprechen dass man vielleicht das ganze reflektiert und bei sich selbst mal beobachtet das super wichtig ja auch am ende mal schaut wo ist der pump am stärksten und so ne es kann wie gesagt sehr gut sein dass wenn du auf sowas nicht achtest dass deine brust ein bisschen unterentwickelt ist deine arme sehr stark wachsen weil hier jetzt zum beispiel weil als beispiel dein ganzes training lang die arme der limitierende faktor waren und kaum was in der brust angekommen ist das kann natürlich sein denke jetzt mal nicht aber also worst case wäre zum beispiel dass die arme die arme komplett overtrained sind weil die viel zu viele sitze abbekommen haben und die brust komplett undertrained ist weil die kaum sätze abbekommen hat mal als beispiel jetzt so und deswegen ist die trainingsplanung ausführung und übungsreihenfolge unglaublich wichtig damit man auch guckt dass wirklich in jedem muskel vernünftiger reiz ankommt worst case ist so dass die arme jetzt weiß ich nicht 15 sätze bekommen haben der trizeps und die brust kein sozusagen im endeffekt so als beispiel jetzt will ich sagen dass das der fall ist aber auf so kleinigkeit muss man dann achten und wollte ich mal ansprechen weil ich das für realistisch halte in so einem training aber muss auch nicht sein muss auch nicht sein jetzt sieht gut pumpt aus muss vielleicht nicht so jeremy wenn du das siehst achte mal auf die indikatoren und ändere mal vielleicht die trainingsstruktur von anfang bis ende vielleicht ein bisschen ab aber kann auch sein dass er verschiedene tage hat und bei dem anderen damit weiß ich nicht brust anfängt oder so das kann natürlich auch sein aber ich gebe ja immer meinen input und dann muss die leute sowieso selber überlegen was sinn macht oder was nicht sinn macht jetzt eine seithiebe isolationsvariante ist auch sehr sehr gut da hast du natürlich hier den armen nicht drin oder nicht genug um dass der zum limitieren infaktor wird auf ihr alle gewartet habt das pause der ist auch 16 glaube ich oder weiß ich jetzt gerade nicht aber seid mal ehrlich leute wer sieht mit 16 so aus ich glaube viele sitzen auch vor und denken sich war ein lappen oder so aber ich finde es krass weil wer sieht mit 16 so aus ja ich weiß nicht ich habe mit 15 oder 16 habe ich angefangen zu trainieren bin jetzt 27 ich trainiere so 11 jahre und klar in der zeit wird man natürlich auch sehr breit so logisch aber ich sah mit 16 nicht so aus oder mit 15 ich weiß nicht wie alt er ist so ich weiß nicht man merkt so ein bisschen dass er so die sachen so betont und darüber redet so und versucht halt wie so ein influencer so geile vibes mitzugeben aber ich finde das gibt immer so ein bisschen so da redet jetzt gerade nicht der mensch der da ist sondern er so der mensch der versucht mir eine show zu geben so und das gibt so ein bisschen oder das nimmt so ein bisschen den charakter weg ich finde es eigentlich geiler wenn menschen einfach so ein bisschen entspannter sind und einfach so reden wie sie immer reden kann auch sein dass er immer so ist weiß ich nicht das ist jetzt mir nur so ein bisschen aufgefallen wie gesagt einfach wieder vor der kamera ist wieder redet wieder die produkte vorstellt ja engagierte redet und die sachen betont und das ist geil und diese ganzen sachen so ich würde einfach ein bisschen mehr chillen und einfach ein bisschen mehr ich sein in dem falle kommt glaube ich ein bisschen korrekt darüber vorausgesetzt dein ich ist auch sympathisch das natürlich immer eine voraussetzung aber das generell so tipp den ich jedem influencer oder jedem content creator mit auf den weg geben würde leute schätzen das eigentlich immer sehr wenn man so normal ist sieht noch wenig aus und es ist auch wenig hier haben wir nämlich mir nummer vier ganze 33 reiswaffeln aber leute bin ich das nur oder feiert also ich feiere reiswaffeln gar nicht ja ich würde lieber so ein baby haufen reis essen oder so ein baby haufen kartoffeln anstatt reiswaffeln weil zusammen steak finde ich persönlich ach da muss irgendwas so muss reis oder ein paar kartoffeln oder so dazu also schreibt ja mal in die kommentare würde mich mal interessieren würde mich wirklich interessieren nicht nur damit ihr hier boost boost sondern einfach weil ich das mal wissen will ob weil viele leute essen einfach immer reiswaffeln so ich feier es halt null ich habe noch nie in meinem fucking leben reiswaffeln gegessen wirklich und das ist ja so ein typisches bodybuilding produkt so ein beliebtes bodybuilding produkt ich hasse reiswaffeln dazu was sehr leckeres nämlich 150 gramm mageres rindsfilet und auch jetzt schon bitte benutzt keine lightsoßen kein ultra soße dafür das ist voll ja leute ich benutze dafür keine soßen ich mache ein bisschen salz drauf und ich genieße das fleisch einfach so und ganz klar medium rare on top jeder jeder der ein gutes stück rindsfilet rindsfleisch rindsteak durchbrät da kann ich das kann ich nicht okay ich hab's ich hab's verkauft ich brate es durch ich nehme aus soßen ich hab's zu lange dringelassen scheiße egal wenn sie jetzt gehört und das lecker muss wirken und ja auch direkt aber das widerspricht sich auch mit dem was ich gerade gesagt habe naja menschen sind verschieden ich hasse reiswaffeln aber ich finde trotzdem das wirken muss aber ich finde reiswaffeln so unangenehm zu essen ja dieses dieses trockene das finde ich so widerlich aber jeder wie er mag also ich würde bei einem steak auf jeden fall soßen benutzen ich würde auch das steak durchkochen weil mich das nicht juckt ja aber was mich juckt sind die reiswaffeln ja ich hoffe es sind tausendmal leckerer mit salz falls ich noch nicht ausprobiert habe probiert es mal aus wirklich gut trommelwirbel 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 die makros sind 268 kalorien nicht viel ja dafür haben wir 33 gramm protein 18 gramm carbs und ungefähr 6 gramm fett obwohl so schlecht habe ich es nicht getroffen könnte bisschen weniger sein aber ist das geht schon klar okay ist okay kann man reiswaffeln mit dem messer schneiden nein geht nicht probieren jetzt mal steak jugend forscht nr 5 und jetzt geht es an meinem lächeln schon ich freue mich darauf wir haben hier nämlich noch mal eine ninja creamy eiscreme und jetzt gibt sogar bisschen kiwi als topping beziehungsweise eine kiwi geschnitten die machen wir hier ein bisschen drüber extra schön gemacht für euch und ja ihr könnt mir glauben auf dieses meal habe ich mich gefreut auf diesem fun fact kiwi mit schale ist sogar relativ gesund soweit ich weiß jetzt keine scheiße erzählen aber er macht ihr mit schale da drauf soll doch gar nicht so schlimm sein habe ich jetzt bock da schmeckt es auch nicht so geil aber es ganz okay vor allem die makros von emil sind krass wir haben hier nämlich für diese fette 500 gramm eiscreme das sind ungefähr so sechs kugeln eiscreme im laden und bei mir in der schweiß nur so immer aus vergleichen der schweiß kostet eine kugel eis ungefähr so drei euro vier euro sechs kugeln ihr könnt selber ausrechnen wie viel das wäre und die kalorien mit der kalorien und den ganzen zucker und fett fangen wir gar nicht an dieses meal hat 235 kalorien 28 gramm protein 10 gramm carbs und 9 gramm fette und was mir jetzt gerade erst eingefallen ist ich habe ein teil von dem meal vergessen nämlich kommen auf die eiscreme noch 7 gramm nut butter drauf weil ohne den hat partei das irgendwie zwei gramm fett immer ich mir gleich noch drauf weil die ist noch nicht drauf und die ist auch noch mal krass vom geschmack hier sind wir wieder und diesmal mit nut butter auf der eiscreme und mit einem kleineren löffel wenn wir einen kleineren löffel lässt sich besser genießen das fühlt sich anders werden mehr und genau so dass ich gern meinen abend ausklingen also ich dieser full day of eating aus meiner wettkampf diät gefallen hat oder ich vielleicht sogar ein bisschen inspiration für eure ernährung nehmen konnte es mich freuen wenn ihr ein like lassen könntet und rein folgt damit ihr meinen wettkampf nicht verpasst somit wie sie sagte mir nichts ich wollte das video an dieser stelle schon werden und ich habe die makro recap noch gar nicht gemacht wie hätte ich den vergessen können wir haben heute über den tag verteilt ganze 1782 kalorien gegessen ja das ist wenig dafür aber 168 gramm protein mickrige 122 gramm carbs und ausreichende 52 gramm fette jetzt ist wirklich vorbei ich würde es ein bisschen anders machen ich würde die letzten wochen würde ich ein bisschen mit den fetten runtergehen bis dann mit den carbs hoch protein ist okay würde ich vielleicht auch ein ticken mehr nehmen einfach für die sättigung aber ja kann man natürlich auch in den kalorien nicht mehr viel mitmachen sind schon sehr wenige kalorien und wenn das korrekt ist dann ist das auch angebracht ist also alles völlig in ordnung ja und der wird wahrscheinlich noch tiefer gehen bis zu den letzten wochen ja also ich habe versucht nicht zu hart zu sein ich habe versucht einfach objektiv wie gesagt die sachen zu bewerten die ich sehe ja weil der junge der wird schon genug gemobbt und fertig gemacht im internet und ich finde das ungerechtfertigt weil auch wenn der person jetzt nicht die sympathischste ist macht er ja ja nichts falsch oder er ist jetzt kein böser mensch oder so ja er ist jung und da sollte man einfach wie gesagt ein bisschen fair bleiben und dem noch ein bisschen zeit geben und das war ein ganz geiles video sehr interessant viele sachen zu sehen vielleicht ein bisschen zu viel food focus aber ist ja auch ein full day of eating ich meine aber food focus an seiner stelle ich würde mich persönlich weniger mit essen beschäftigen mehr mit anderen sachen zum beispiel ein bisschen mehr spazieren gehen oder andere sachen aber in dem video kam jetzt nicht sonderlich viel vor außer dass sein cardio gemacht hat zum training gekommen und sonst hat er halt nur gegessen ich frage mich halt generell mal so wie er seinen restlichen tag strukturiert was er sonst noch so macht klar ist jetzt hier raus nicht erkenntlich aber der tag hat natürlich mehr als die paar minuten sondern roundabout irgendwie so 16 bis 18 stunden je nachdem wie lange man schläft sechs bis acht stunden und ist es total effektiv sich viel beschäftigung zu suchen und produktiv zu sein und den ganzen kram das empfehle ich immer leuten weil wenn man viel langweil hat wenig zu tun und riesen food focus dann ist halt ein riesen potenzial da dass man ein bisschen falsch trägt hier und da mal noch ein bisschen was drauf tut ein bisschen mehr soßen den ganzen kram und das addiert sich natürlich und am ende des tages kommt man da nicht so liegen auf die stage deswegen sollte man sich da ein bisschen bisschen bessere struktur suchen kann ich jetzt hieraus nicht erkennen aber das wäre noch so eine ergänzung die ich hätte ja aber sonst bin ich gespannt wie am bettkampftag aussieht ob er es schafft streifig zu werden überall ich sag mal wenn also die sieben prozent schafft oder so dann ist es schon echt geile form für die erste show gut das war alles wir sehen uns beim nächsten mal wieder coach er mit wohl bei gigas nutrition und wir sehen uns beim nächsten mal wieder